Es war in einer Nacht im Juni dieses Jahres, als ein Motorboot oft mit viel zu hoher Geschwindigkeit über den Gardasee rast und in ein kleines Holzboot kracht. Darin sitzen zwei junge Italiener. Sie sterben. Mehr als vier Monate, viereinhalb Monate nach dem tödlichen Unfall wird jetzt zwei Deutschen von heute an der Prozess gemacht. In München wird fahrlässige Tötung und unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen. Mit diesem kleinen Holzkahn war das Paar unterwegs, als es am Abend des 19. Juni von einem Motorboot gerammt wird. Der 36-Jährige stirbt sofort, seine 25-jährige Freundin wird vom Boot geschleudert und erträgt. Zwei Männer aus München sollen offenbar betrunken den Unfall im Golf von Saarlow verursacht haben. Auf Überwachungskameras soll zu sehen sein, wie ihr Boot mit hoher Geschwindigkeit das Holzboot regelrecht überspringt. Beide geben an, den Aufprall nicht bemerkt zu haben. Anfang Juli stellte sich der Fahrer des Bootes der Polizei. Die beiden 52-Jährigen stehen nun im italienischen Brescher vor Gericht. Ihnen drohen bis zu 15 Jahre Haft. Offenbar haben sich die beiden Männer nun mit den Familien der Opfer auf eine Entschädigungszahlung geeinigt. Um mehrere Millionen Euro soll es gehen. Damit könnte das Strafmaß deutlich abgemildert werden. Durch die Zahlungen würden auch die Familien der Opfer nicht mehr als Nebenkläger im Prozess auftreten, so ein Anwalt. So, wir schauen nach Brescher. Dort steht Alina Quast. Alina, heute Prozessbeginn. Was darf man da erwarten vom ersten Verhandlungstag? Ja, also um Punkt 9 soll es hier in Brescher losgehen. Wir sind hier 30 Kilometer entfernt vom Gardasee und von der Stelle, wo sich eben dieses tragische Unglück vor viereinhalb Monaten ereignet hat. Was können wir heute hier erwarten? Es soll vor allem um organisatorisches erstmal gehen. Das heißt, es werden noch keine Zeugenaussagen erwartet. Vor Ort hier anwesend ist einer der Angeklagten, ein 52-jähriger Deutscher, der jetzt in den letzten Monaten hier in Italien im Hausarrest war. Der andere Deutsche, der andere Angeklagte, der wird nicht heute hier auftreten. Er wird von seinem Anwalt vertreten. Und das Ganze startet hier direkt mit dem Hauptverfahren. Und das ist eben oft ein Indiz dafür, dass die Beweislage eindeutig ist. Denn es gibt ja, wie wir im Beitrag auch gehört haben, Videoaufnahmen. Es gibt zehn Zeugen, die darüber sprechen, was sie eben beobachtet haben. Das heißt, hier könnte womöglich recht schnell ein Urteil fallen, was ja eigentlich sehr untypisch ist für die bekanntermaßen langen Gerichtsprozesse hier in Italien. Jetzt hat man gehört, dass es im Vorfeld zu einer Zahlung gekommen sei an eine der Opferfamilien. Wenn ich mich recht erinnere, an die des verstorbenen Mannes, da soll die Familie eine Million Euro bekommen haben. Das könnte einen Einfluss haben auf das Urteil. Das könnte einen Einfluss haben. Zuletzt sind da mehrere Zahlen in den italienischen Medien kursiert. Zwischenzeitlich war sogar von neun Millionen Euro Entschädigungszahlung an die beiden Opferfamilien die Rede. Diese Summe soll heute bekannt gegeben. Also dann wissen wir wirklich offiziell, wie viel Geld da denn wirklich geflossen ist. Und es bleibt aber abzuwarten, das ist sicherlich Richterentscheidung, inwiefern sie das milde stimmt bei ihrem Urteil. Denn die Anklage lautet ja auf fahrlässige Tötung und unterlassene Hilfeleistung. Da könnten mehrjährige Haftstrafen drohen. Aber jetzt bleibt eben abzuwarten, wie da die Richter entscheiden, ob diese Entschädigungszahlung da eventuell strafmildernd bewertet werden kann. Alina, danke schön nach Basia. Vielen Dank.